schau aus scheiße das gain ist ein gun zerstörer schnelle tropfen aber kurze tropfen was ist auch gefährlich warum nicht wir fahren jetzt hier gleich nach links ich musste eigentlich stehen bleiben und auf das wollen was bei b gespottet wird weil alles was hier bei c kommt da kann ich das was steht eh an der winkel zu mir da kann ich nicht viel reißen ja 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 Das war's für heute. Oh, zieht er auf der Tennessee. Doppelzieht er auf der Tennessee. Mit einer Seite wird 32.000 Schaden gemacht. 33.000. Auf 17 Kilometer. Geile Nummer. Er schießt von vorne ein Kreuzer. Wie wird was? Ich komme. Ich komme. Fahr mal weg da. 12 Sekunden kann ich feuern mit H.E. auf die Mars. Schneller geht es leider nicht. Die Westers ist auch noch da. Scheiße. Jetzt bin ich volles Rohr vorgefahren. Jetzt bin ich hier auf verlorene Posten. Scheiße, das war es. Hm, war ja klar. Das gehen von rechts. Oh Gott, ey, das geht nicht hier ab. Ja, da kommen die Tops. Ach so. Ja, das geht nicht. dafür habe ich mit den anderen vier turmen ich habe nur mit zwei gefeuert auf die deltis habe ich der westeras 50 prozent leben weggeknallt und ein traum zerstört und ein traum zerstört wo scheiße hier ist doch noch eine pensacola gibt gar nicht auf dem schirm gehabt ach scheiße sie macht mir wahrscheinlichkeit ist sauer jetzt reicht es mir langsam mit diesem futzen nix ist hinter mir die skein Scheiße. Ich habe doch Wille zum Wiederaufbau. Der Kreuz ist doch in meiner Nähe. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, auf welche Entfernung zerstöre, wenn der so rechts-links wendet und so. Das ist doch auf die Entfernung. Das könnte ich vielleicht. Einmal habe ich ihn getroffen. Er ist groß schade, war nicht mein Geh. Aber ich habe noch Wert gekriegt. Was war das? Guck dir mal die Typenübersicht an. Sieben Medaillen habe ich gekriegt. Nein, eine doppelt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.